Hallo, ich verabschiede deine Proposal, um den Utilitätsraum zu verabschieden und die King-Laundry-Trading-Area zu verabschieden. Mehr Raum, mehr Waschmaschinen. Es ist ein bisschen obviös, aber gut. Hoffentlich verabschiedet ihr von jetzt Lundrys vitalen Rolle in der Gemeinde und den modesten aber städten Einkommen, die es verabschiedet hat. Reinvestment ist ein sicherer Weg zum Erfolg. Vielleicht ist das dein erster Schritt zu deinem eigenen Geschäftsimperium. Vielleicht wirst du eines Tages in meinen Rang.